Du bekommst von uns Hollywood zu Hause und auf Wunsch auch eine ganze Menge Luxus. Und wenn dir das jetzt spontan überhaupt nicht zusagt und du bei diesem Wort eher Magengrummeln bekommst, keine Sorge, es ist alles in Ordnung, du bist einfach nur deutsch. Bei uns ist Luxus verpönt, egal ob das Luxus Autos, Luxus Uhren, Luxus Reisen, Luxus Möbel, whatever's denn, Luxus sind wir böse. Zum Glück sieht es in anderen Ländern anders aus und ich werde mir jetzt Bruce schnappen, der unbedingt mal ein paar seiner Verwandten auf der großen Leinwand sehen will und dir zeigen, wie wir bei Take-of-Media im Zuge unserer Komplettheimkinos Luxus zeitgerecht interpretieren, dass es für dich mehr Lebensqualität bringt und das Ganze versteckt sich nämlich gleich da drüben in diesem Heimkino. Und du bist noch ein Intro davon entfernt zu sehen, was wir da Schönes gebaut haben. Toll, dass du auch noch da bist und jetzt Zeuge davon sein wirst, wie ich hier zum einen erstmal Optik wiederherstelle. Check. Bruce jetzt erstmal hier schön platziere, der möchte ja schließlich mitschauen. Und damit es nicht so klimpert und ich gleichzeitig hier nicht B.A. bei Ruckus Konkurrenz mache oder hier noch als Rapper durchgehe, wird Bruce jetzt mal hier auf meine Kette aufpassen. Jetzt wunderst du dich vielleicht über das Setting hier. Mein gut, du hast ja im Vorschaubild gesehen, dass das jetzt hier von der Optik ein typisches Hollywood-Zuhause-Kino ist. Seht man schon auf den ersten Blick. Kein anderer Anbieter in Deutschland baut jetzt ein Kino, welches exakt so aussieht. Diese Formensprache, diese Eleganz, diese Zeitlosigkeit. Aber ich sage das nicht im Sinne der Selbstbeweihräucherung, sondern das hat einen Sinn. Und wenn ich jetzt vorhin von Luxus gesprochen habe, dann meine ich damit, Luxus in dem Kontext, dass wir alles machen, damit du mehr Spaß am Heimkino hast. Dieses Heimkino hier, klar, das hat vorne so eine schöne verspiegelte Front und viele nette Details, aber es sieht im Wesentlichen nicht so viel anders aus, wie jetzt ein Heimkino, welches die Hälfte oder ein Drittel kostet. Hier steckt der wahre Luxus einem ganz anderen Punkt. Und eine Frage ganz vorweg. Was glaubst du, ist der Unterscheidungspunkt bei der Planung zwischen einem Luxus-Heimkino, so wie hier, wo über 200.000 Euro drinstecken, und einem günstigeren Heimkino? Wo glaubst du, ist der Unterscheidungspunkt bei der Planung? Ich kürze das Ganze ab. Es gibt keinen. Es macht keinen Unterschied, wenn man jetzt hier so einen Raum hat und bei der Planung anfängt ob man jetzt weiß, ich habe jetzt 100.000 Budget oder 60.000 oder 80.000, denn zunächst muss man sich immer erst mal in den Raum reinfühlen und die Akustik lösen. Und das weißt du schon, wenn du bei uns abonniert hast und ganz viele Heimkino-Videos angeschaut hast oder womöglich schon zu den rund 100 Kunden gehörst, denen wir schon solche Heimkinos in so einer ähnlichen Form hier bauen durften. In der Akustik steckt der Klang. Und ein guter Klang ist auch höher Komfort und Komfort ist ein Stückchen auch Luxus. So, hier in diesem Raum war die Messlatte bzw. die Herausforderung ungefähr hier. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich jetzt wunderst und du denkst, Mensch, jetzt hüpft der Lars in einem riesengroßen Raum rum. Ich blende hier für dich mal die Dimensionen ein. Was redet der denn davon über die Schwierigkeit von so einem Raum? Zumal der ist ja hier in einem Luxushaus offensichtlich, denn hier so ein Swimmingpool, das hat man jetzt nicht gerade in einem Mehrparteienhaus irgendwo im Keller versteckt. Und genau das sind alles ein Stück weit Trugschlüsse. Denn Fakt ist, der Kunde hat zwar ein riesengroßes Haus, aber letztendlich gab es nur diesen einen Raum, der für ein Heimkino abkömmlich war. Und damit einhergehend ist der Raum alles andere als perfekt. Weniger wegen der quadratischen Form, sondern wegen dem Umstand, dass wir hier ursprünglich auf der Rückseite nur eine relativ trockenbauwandige Abtrennung zum Schwimmbadbereich haben. Hier die Wand, die war auch festgegeben und auch jene Tür. Und der Kunde ist ursprünglich zu uns gekommen und hat gesagt, Leute, ich möchte nichts an meinem Haus ändern. Ich möchte da bald einziehen. Ich möchte jetzt keinen großen Dreck haben. Das Haus ist wunderschön und möchte jetzt hier auch nicht meinen Swimmingpool hier stilllegen oder irgendwelche großen Wände verschieben. Zumal es auch wahnsinnig viel Geld kostet. Und dann steckt man in der Überlegung, nehme ich jetzt mal ein Budget und stecke das in das Kino oder nehme ich das Budget und stecke das jetzt in Hausumbauten. Und da sind wir hier relativ schnell am Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, so richtig aufgehen tut hier eigentlich kein Konzept, wenn man den Wunsch des Kunden berücksichtigt, den Projektor am besten hier drüben platziert zu haben, weil dann geht es nämlich los. Thema Basskonzept, Thema Türplatzierung. Und wir haben ja oben eine relativ hohe Deckenhöhe. Aber gleichzeitig, wenn man den Wunsch noch berücksichtigt mit zwei Sitzreihen, dementsprechend viel Sitzplätzen und einer möglichst großen Leinwand, stellt man fest, Käsesuppe, ich kriege den Raum nicht akustisch auf konventionellem Weg in den Griff, indem ich jetzt vorne eine möglichst dicke Böffelwall baue und oder idealerweise hinten dasselbe nochmal. Denn wenn du dir das hier mal anschaust, ich ziehe mal den Vorhang zur Seite. Ja, wir haben hier noch eine normale Böffelwall integriert. Ich gehe mal kurz mit der Hand hin. Also ungefähr so tief ist hier die Böffelwall. Das reicht aber nicht, um den Bass in den Griff zu kriegen. Und das ist das Fundament. Ich sage mal, das ist der Pizzateig des Klangs. Wenn der stimmt, kann man nicht mehr viel falsch machen. Das ist so schön, wenn die Vorhänge so hier so durch die Gegend rutschen, so ganz elegant. Vorne ist sogar noch dünner. Vorne sind wir bei ungefähr zehn Zentimetern zusammen mit dieser verspiegelten Front. Und ja, und da ist jetzt die Frage, wie würdest du jetzt so ein Heimkino planen, wenn du hinten nicht wirklich die 60 bis 80 Zentimeter Böffelwall machen kannst? Klar, eine Möglichkeit der Akustik ist zu sagen, wir gehen ins Podest, arbeiten mit Helmholtz-Resonatoren, halten wir für teuer und sehr ineffektiv, weil die immer noch auf Einzelfrequenzen gehen und auch nicht so wahnsinnig viel bedämpfen. Also von der Menge her. Und die Lösung, und da fängt jetzt der Luxus an, liegt wie so häufig in unseren Kinos über uns. Manchmal muss man bloß nach oben gucken und man findet die Lösung. Aber ich meine das jetzt gar nicht im spirituellen Sinne, sondern hier tatsächlich ganz pragmatisch. Wir hatten relativ viel Deckenhöhe und haben das genutzt, um hier ein sehr großzügiges Array aus Lautsprechern zu integrieren. Und da haben wir das Budget wirklich nutzen können, um zu sagen, wir machen ein sehr engmaschiges Array, Luxuspunkt Nummer 1, weil durch das engmaschige nicht etwa der Fußabdruck von einem beliebigen T-Rex oder hier irgendwelchen Haifisch-Fressattacken mit der entsprechenden Musik richtig umgesetzt werden können, sondern je engmaschiger die Subwoofer, desto höher arbeitet dieser SBA-Effekt, dass wir eine Ebene Wellenfront haben, die von oben angeregt wird und gleichzeitig auf den Boden geht, wieder hoch geht und hier wird es in der Decke hervorragend geschluckt, weil die Decke über einen Meter dick komplett über die Raumbreite und Raumlänge mit Bassabsorbern gefüllt ist. Das ist auch nochmal ein Luxuspunkt. Hier an der Decke steckt ungefähr das Volumen von 2,5 Beffelvolts. Das muss man sich mal geben. Und in dem Sinne haben wir dann hier eine Lösung. Auf diesem kurzen Weg hier bauen sich erst gar keine tieffrequenten Moden auf. Man sitzt mit dem Ohr immer auf einer guten Höhe und es ist, kleiner Tipp an der Stelle, auch besser von der Schallabsorption, von dem, was akustisch im Raum dann passiert, als jetzt vorne Energie in den Raum zu geben und hinten zu schlucken, wenn ein Podest mitspielt. Deswegen hier die überragende Lösung in diesem Raum. Kostet halt richtig Geld. Da fließt schon mal ein bisschen Luxus rein. Und um dann den Gedanken weiter zu spinnen. Okay, jetzt haben wir hier das grobe Grundsetup. Von oben der Bass, dann wird er geschluckt. Haben wir dann eben noch gesagt, wir kümmern uns jetzt noch darum, dass wir hier alles machen, damit es hier innen drin, in den Trommelfällen, richtig Endorphin gibt. Und du hast es hier hinten schon erkannt. Stimmt, da kann ich den Fong nochmal lüften. Hier, eine Universe 9. Ein 1 Meter, weiß gar nicht, 30, 35 Meter großer Referenz-Lautsprecher zu einem Direktvertriebspreis von uns mit breit abstrahlenden Hochdeutschern. Du kennst die Lautsprecher. Auf jeden Fall Surround Back Universe 9. Wird voll aktiv betrieben im Sinne von drei Endstufen. Befeuern nur diesen Lautsprecher. Der wird digital in der Storm. Wir gucken jetzt die Elektronik später an. Auf jeden Fall Lautsprecher Nummer 1. Und hier Surround. Und natürlich haben wir vorne keine kleineren verbaut. Das heißt, wir haben komplett auf der Ohrhöhe einmal die identischen Lautsprecher. Das ist der pure Luxus. Du siehst übrigens, der hier hängt ein Tickchen höher. Das ist alles individuell berechnet, dass man möglichst gute Balance hat zwischen den verschiedenen Sitzreihen. Und weil du ein Fuchs bist und genau hinschaust, weil du wissen möchtest, wie wir unsere tollen Kinos bauen, ist dir schon aufgefallen, dass wir hier eine leicht andere Optik haben, als du es von den meisten unserer sonstigen Heimkinos kennst. In zwei Punkten ist das hier besonders. Auch hier fließt wieder Luxus rein. Auch hier wieder, hier, Ding, Ding, Ding. Sowas kostet Geld. Aber das Geld fließt nicht da rein, dass du dann nachher bei schöner Wohnen dein Heimkino platzieren kannst, sondern dass du das Gefühl hast, wenn du der weiße Hai schaust, dass dich das Viech wirklich gleich von hinten attackiert, wenn es da rumplätschert. Weil die Diffusoren sehr großzügig hier verteilt sind über die im Prinzip komplette Raumseite. Hier hinten haben wir dann auch noch Akustik drin, Neuzeit ohne Diffusor. Diese Diffiplättchen sind auch noch individuell angeordnet, so vom Winkel, um den Schall möglichst breit zu fächern. Und gleichzeitig sitzt dahinter nochmal so eine Art Seitendeffelwoll, auch nochmal mit ca. 20 cm Dicke. Merkt man auch nochmal hier, ich nehme zwar auch wieder hier meine Hand so als Referenz, also so tief ist hier die Diffelwoll, dass man hier möglichst tieffrequent das, was im Grundtonbereich von der Front kommt, hier auch noch so wegschlucken kann mit dem Effekt, dass der Raum möglichst wenig verfärbt, dass wir möglichst einheitlich kurze Nachhaltzeiten haben und im Hochtonbereich dann möglichst viel noch an dezenter Lebendigkeit haben. Und das ist hier das Konstrukt für einen sehr guten Klang, ergänzt dadurch, dass wir zu diesen sieben Lautsprechern auf Ohrhöhe in der Decke auch noch sechs weitere Lautsprecher integriert haben, die rein theoretisch zwar auch für Auro 3D ganz gut funktionieren, aber der primäre Gedanke ist hier Dolby Atmos und zwar richtig. Das ist das akustische Grundkonzept von diesem Raum. Und die Herausforderung war jetzt nicht nur zu sagen, okay, wir planen jetzt mal hier eine Diffelwoll und da ein paar Lautsprecherchen. Ich mache es übrigens mal kurz wieder schön. Sondern, dass wir es geschafft haben, die sehr komplexen Anforderungen der Klimatechnik hier auch noch mit einzubeziehen. Dieses Deckensegel ist letztendlich in mehrere Kammern aufgeteilt, die die vorhandene Klima- und Belüftungstechnik komplett unsichtbar und inklusive Wartungsmöglichkeit hier mit beheimaten. Das ist ein sehr großer Aufwand gewesen. Und um da hier noch so eine schöne Nuance vom Design mit reinzubringen, wurde das Deckensegel in der Mitte hier nochmal abgehängt. Du siehst das jetzt auf der Kameraperspektive sehr gut. Braucht natürlich kein Mensch von der Funktion her. Da brauchen wir nicht drüber reden. Man kann es auch einfach so zuspannen. Aber dadurch gewinnt das Heimkino dann eben nochmal an Struktur, was dann auch vorne mit der Baffelwoll gut harmoniert. Von der Optik her mit einer Leimung. Aber das gucken wir uns gleich nochmal separat an. Interessant ist jetzt natürlich auch nochmal die Frage, warum habt ihr bei einem 200.000 Euro Plus Heimkino denn wieder die Vorhänge hier installiert? Ich weiß, nicht jeder mag die Vorhänge. Aber ich sage dir was. 90% der Kunden, die einmal in Sachsenheim waren, nehmen danach Vorhänge. Und das hat drei Gründe. Zum einen, deswegen zupfe ich die jetzt hier gerade zurecht. Sie ist im Video immer ganz fies. Das sieht in Natura zehnmal schöner aus wie in so einem Video. Weil unser Auge sieht natürlich jetzt hier das Ganze plastischer. Zum einen sind die Vorhänge, habe ich ja gerade schon erwähnt, wenn du sie jetzt mal bei mir dann siehst, im Rahmen von einem bezahlten Workshop, sehen die schöner aus als auf dem Video. Und zum Zweiten schlucken die das Restlicht von der Leinwand immer besser als eine bespannte Fläche. Letztendlich kannst du das jetzt schon relativ einfach sehen. Wenn du hier so einen Vorhang spannst, merkst du jetzt schon, wie viel heller das hier wirkt, als die Fläche, die einfach so gewählt ist. Und gerade wenn man das mit einem sehr guten Beamer, Technik, guckt man es gleich an, kombiniert, ist das ein Punkt, der einfach irgendwo ins Gewicht fällt. Den kann man nicht wegdiskutieren. Und dann kommt Punkt Nummer drei. Selbst bei einem Heimkino für über 200.000 Euro muss man vom Budget Balancing machen. Man muss sich überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus? Und wenn dann die Frage steht, möchte ich jetzt anstelle von Vorhängen für mehrere tausend Euro Aufpreis segmentierte Bespannungen haben? Gerne machen wir das ja auch mit diesen schönen Holzstäbchen, den Open-Mind-Diffusoren. Oder mache ich dafür womöglich irgendein anderes Upgrade in mein Kino, welches nicht technisch weiterbringt und habe gleichzeitig Vorteile restlich Absorption durch die Vorhänge. Da fangen die meisten Leute das Überlegen an. Und deswegen haben wir hier ein Kino, welches im Sinne vom Luxus auf Klangqualität, auf Technik getrimmt ist. Und was das jetzt fürs Letztgenannte bedeutet, gucken wir uns mal kurz in Bezug auf das Rack an. Wir fangen jetzt mal bei der hinteren Reihe an, auch wenn da im klassischen Sinne gar keine Technik dabei ist. Wir haben die Pasadenas. Hollywood Seating, unsere eigene Marke. Das ist eine Bank. Du weißt, wie ich das jetzt meine. Die Sitze sind sehr praktisch, brauchen wenig Platz. Man kann sich hier super bequem reinsetzen. Man sitzt dann halt recht aufrecht. Breite Armlehnen. Also du hattest nicht da wie in der Lufthansa-Economy ungefähr so, sondern schon einfach schön. Und der ideale Sitz für die zweite Reihe. Kriegst viele Leute nebeneinander. Wenn deine Kinder Geburtstag haben, die können hier mit Pizza, mit Pommes rumschmieren. Kommst am nächsten Tag, machst sie sauber. Die Dinger sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Und in der Summe dafür auch vergleichsweise günstig. Wir haben sogar hinten so eine angedeutete Kopfstütze. Coole Sache. Vor allen Dingen hier in der schwarzen Optik. Kriegst du bei uns im Online-Shop modular, im Normalfall ab Lager, Einzelkaufen, hier diese Armlehnen, Endarmlehnen, Mittelteile. Alles da. Genau wie im Prinzip alle weiteren Bauteile für das Kino. Kriegst von uns die Leinenwände, die Absorber, die Bespannungen, die Beleuchtung, Teppich. Kannst du so ein Kino selber bauen, musst du es bloß planen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, gibt es dann unsere Tooltime-Packages. Kommen wir mal zur ersten Reihe. Denn wenn ich jetzt das bei dem 200.000 Euro Aufwärtsheimkino reinplanen, dann kann sie zu Recht sagen, der hat sie nicht mehr alle. Da muss man sich schon ein bisschen Luxus bieten. Und das haben wir hier. Du siehst, Kopfstütze. Hier ist sie reingeklappt, da rausgefahren. Das Ganze geht natürlich hier elektrisch. Logisch. Genau wie auch die Sitzverstellung. Und das Besondere an den Sitzen, weshalb die in diesem Luxusheimkino prädestiniert sind. Ich baue es mal so rum auf. Der Name der Sitze lautet Toronto. Toronto deswegen, weil es eine kanadische Stadt ist und der Hersteller J-Mar aus Kanada kommt. Und du kannst erkennen, wie gut du dich im Heimkino-Business auskennst, wenn du jetzt schon weiterdenkst und auf einmal sagst, hoppla, in Kanada ist ja noch ein Spezialanbieter, da bewegt sich ja was. Nämlich D-Box. J-Mar als Sitzhersteller und D-Box als 4D-Spezialist haben eine sehr enge Vergangenheit, arbeiten eng zusammen und aus diesem Dunstkreis ist es uns gelungen, diese Sitze von J-Mar mit D-Box, mit Synergie- und Paketpreisvorteilen zu kaufen und die dabei gleichzeitig noch für uns hier individualisieren zu lassen. Das heißt, der Kunde hier hat dreimal den J-Mar- oder beziehungsweise den Hollywood-Sitting-Toronto-Sitz mit der Hollywood-Zuhause-Adaption der Kopfstütze und einem jeweils dreifach-Aktoren-Set. Man braucht nicht unbedingt vier Aktoren pro Sitz, um das coole Schwebefeeling hinzukriegen. Wir haben ja auch den Haptysync, der dann in die Filme reinhört, in der Datenbank schaut und dann genau weiß, jetzt genau geht es mit Luke Skywalker in den Trench oder jetzt stapft der Jurassic-Park-Dino auf oder mit Harry Potter durch Hogwarts durchfliegen, whatever. Das geht alles hier für die drei Personen in der ersten Reihe. Und was dabei schön ist, wenn hier der zufriedene und stolze Besitzer seinen Hogwarts-Ausflug genießt und von hinten irgendwelche Kobolde ihnen ansäuseln, dann kriegt er das volle Kanne ins Ohr mit, weil die Kopfstütze hier nicht so breit ist und genau das reflektiert. Und darüber hinaus geht es nicht nur um Surround-Back-Lautsprecher. Probier dich mal, mit jemandem zu halten und die Hände so hinter die Ohren zu stellen. Du wirst dir vorkommen wie Benjamin Blümchen und alles hört sich anders an. Es wird vieles von vorne reflektiert, auch der Center-Speaker. Hier in diesem Bereich, der ist kritisch, weil das wird meistens vom Kopf blockiert. Und in dem Sinne, an der Stelle ein wichtiger Tipp, wenn du dein Heimkino einmisst, probier die Kopfstütze aus der Gleichung rauszunehmen. Am besten die ganzen Rückenlehne rausbauen, Absorber drüber, Kopfstütze wegbauen, whatever. Weil wenn man diese ekelhaften Reflektionen, die sehr nahen Reflektionen vom Mikrofon anfängt zu korrigieren, geht in 99 von 100 Fällen in die Hose, probier die einfach wegzulassen. Dann hast du einen besseren Klang, weil da passiert eine ganze Menge und das Mikrofon wird davon mehr irritiert, als dass es das irgendwie ohne Auflösungsverlust je wieder korrigieren kann. Dann lieber original hören und gucken, dass das Ding weg ist und dann passt es. Im Übrigen, um die Klangdiffraktion noch weiter zu eliminieren, ist es natürlich auch praktisch, nicht benutzte Kopfstützen, wenn nicht gerade auf der anderen Seite ein Plastik-High ist, so wegzuklappen, dass der Surround-Lautsprecher dich noch besser erreicht. Und natürlich brauchen wir nicht drüber reden, dass es von Vorteil ist, wenn du den Sitz als Individualbestellung auch gerne mit Stoff von uns bekommst. Nur hier wollten wir dann halt einfach zusammen mit dem Kunden klassisch auf Leder gehen. Ich meine, das kommt auch jetzt erst langsam in Luxusautos, dass es nicht immer Tierleder sein muss, begrüße ich persönlich. Aber klar, hier so ein richtig weiches Napper-Leder, das hat halt schon was. Wenngleich wir in Zukunft dann sicherlich auch mal den einen oder anderen stoffbezogenen Sitz in der Preisklasse von 4.000 Euro aufwärts ohne die Box natürlich verkaufen können, ohne dass der Kunde sagt, hm, also ich schon so viel Geld ausgibt, dann möchte ich auch bitte richtiges Leder haben. Das Technik-Rack sieht jetzt in dem Heimkino ja, nicht auf den ersten Blick wahnsinnig spektakulär aus, weil wir hier jetzt nicht gesagt haben, wir müssen unbedingt Geräte nehmen, die perfekt zueinander passen oder jetzt irgendwelche teuren Rack-Einbauformen genommen haben. Hier sind die Geräte zum Einsatz gekommen, die schlichtweg aus unserer Sicht für dieses Kino am besten funktionieren. Wir haben natürlich wieder mal eine Storm-Audio-Vorstufe, aber die ist sogar noch modifiziert mit über 100 Änderungen. Das bieten wir exklusiv unserem Kunden an, dass die nochmal feiner auflöst, so dieses letzte Quäntchen nochmal geht. Wir haben Akkuton-Endstufen genommen aus unserer Zusammenarbeit mit dieser Lautsprecher-Manufaktur, wo wir ja auch diese Climax-Schallwandler anbieten. Letztendlich Powersoft-Endstufen aus dem Profibereich, um die Subwoofer hier adäquat zu befeuern und halt ansonsten noch Power-Conditioner etc. Aber es gibt ein Produkt, jetzt rein technisch betrachtet, ohne dass dieses Kino gar nicht denkbar gewesen wäre. Bei einem Produkt waren wir wirklich dazu gezwungen, den Luxus-Joker zu ziehen, zu sagen, wir planen nicht mit einem Basis-Produkt. Ich meine, das ganze Kino, ich hätte einfache Lautsprecher nehmen können, weniger Subwoofer. Andere Vorstufe, andere Endstufe, irgendwie wäre das immer gegangen. Aber dieses Kino, so wie es hier steht, wäre nicht mit einem JVC NX-9 oder jetzt dem NZ-9 möglich gewesen. Denn die Situation war ja die, wir wollten ja gleichzeitig eine große Leinwand realisieren, was uns hier auch gelungen ist, aber waren limitiert in Bezug auf die Raumtiefe beziehungsweise die Raumbreite. Und zum einen braucht man einen Beamer, der das Bild erstmal groß genug kriegt. Rein theoretisch kann man da jetzt auch einen Sony VW890 nehmen, den es zum Zeitpunkt der Installation gab, mit Weitwinkelobjektiv. Nur der hat einen Nachteil. Der kann kaum Lens shiften. Der muss letztendlich auf der Oberkante der Leinwand installiert sein, was ungefähr hier wäre. Und dann ist der ganze mittlere Sitzplatz weg. Das ganze Kino sieht blöd aus und macht keinen Sinn. Und nur der NZ9, NX9, Entschuldigung, Kino haben wir schon vor circa zwei Jahren gebaut, hat die Möglichkeit, so weit über der Leinwand zu stehen und das Bild runter zu shiften. Und die Herausforderung ist, das haben wir auch einmal falsch gemacht. Man lernt ja immer aus Fehlern. Man muss das sowohl für 16 zu 9 als auch für Weiscreen getrennt berechnen. Weil einfach nur zu denken, okay, komm, wenn die maximale Leinwandgröße gebacken wird oder wenn er das hinkriegt, dann kriegt er es ja auch mit 16 zu 9 hin. Und da muss er kleiner zoomen, also muss er proportional mehr shiften können bei einem kleineren Bild. Auf jeden Fall, der schafft es. Und um den dann perfekt hier zu integrieren, dass er möglichst weit hochrutscht und die Person, die hier sitzt, zum einen vom Lüftungsgeräusch ein bisschen entkoppelt ist. Ich meine, du hörst es hier über das Mikrofon, aber gleichzeitig auch optisch den zu integrieren, haben wir hier in dieses tiefe Deckensegel diese Einbuchtung gemacht und den Beamer hier so versenkt, dass 50 Prozent vom Beamer nach unten schaut und 50 nach oben geht. Und der Lichtkegel ist so berechnet, du siehst hier an meinem Finger, dass es so circa zwei Zentimeter unterhalb dieser Kante da nach unten strahlt. Und deswegen ist die Komponente, diese Luxus-Komponente, systemrelevant, um mal dieses Wort in einem positiveren Zusammenhang zu benutzen. Last but not least, in Bezug auf die Technik, eine iMask-Leinwand von uns mit einer seitlichen Maskierung im Whitescreen-Format und das Ganze wird gesteuert über kontrol vor. Der Kunde hat jetzt noch die alte Fernbedienung, ob man die neue nehmen, muss man mal gucken, je nachdem, wann die Updates reinflutschen. Die ist halt praktisch, funktioniert, zuverlässig Thema läuft und darüber wird dann das komplette Kino inklusive Sky Receiver. Der hat noch die alte Skybox, die geht zum Glück noch ganz gut. Bei der neuen kämpfe ich gerade. Apple TV, den Blu-Ray-Player, was man halt so braucht, Spielkonsole. Du hast vorhin das ganze Equipment im Rack gesehen. Genau, so viel in aller Kürze zur AV-Technik. Erkennst du den Film, sofern er jetzt überhaupt hier halbwegs sinnvoll über die Kamera wiedergegeben wird? Ich habe es ja Bruce versprochen, dass ich den Film mit ihm anschaue. Und das Lustige ist, ich kann mit dem Weißen Hai auch super transportieren, um was es beim Thema Luxusheim-Gino geht, denn hier kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe den Film zum allerersten Mal als kleiner Junge im Alter von zehn oder elf Jahren gesehen. Da lag ich im Krankenhaus wegen meinem Blinddarm. Und mein Zimmernachbar hat den bei irgendeiner RTL-Free-TV-Ausstrahlung nachts um elf auf so einem Mini-Röhrenfernseher unter der Decke so angeguckt. Und ich habe da ein bisschen den Film in dem Sinne auch mitgenossen. Meine Eltern haben mir zwar nachher einen Anschluss gegeben, weil ich eigentlich den Film nicht anschauen darf. Aber ändert nichts dran, er hat mich nicht wirklich umgehauen. Ich konnte nicht verstehen, warum in meiner Klasse alle so hast du schon den Weißen Hai gesehen? Ja, ist natürlich da schon uralt gewesen, aber es war damals so, irgendwie bei uns in den Film gesehen zu haben mit all den Nachfolgern, die kamen. Und da wollte man nicht nebendran stehen. Also er hat nicht bei mir gezündet. Zwei oder drei Jahrzehnte später gucke ich denselben Film in so einem Heimkino wie hier an, bei uns im Demohaus, auch mit D-Box, was natürlich lustig ist, gerade bei solchen Szenen, wenn man hier diesen Wellengang hat, guckt man ihn später an, beziehungsweise ich hüpfe jetzt gerade mal in das entsprechende Kapitel, wo es lustig wird. Und ich habe mit einem Schlag einen anderen Film gesehen. So, das sieht doch lecker aus. Ja, Bruce, hier deine Verwandten, was die hier wieder machen. Ist natürlich schon fies, dass mir hier den armen Tieren so einen Stempel aufdrückt. Möchte ich an der Stelle auch mal sagen, dass das nicht meiner persönlichen Meinung über diese faszinierenden Tiere widerspiegelt. Aber jetzt geht es mal um Heimkino. Anyway, den Film hier anschauen ist ein anderer Planet. Dasselbe Film, aber diese ganzen, jetzt klar, D-Box ist ja schön und nicht, wenn man hier auf dem Schiff ist und es schunkelt hin und her, was ich total cool finde. Aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass die ganze Technik, die hier drin ist, nicht dafür da ist, dass du dir nachher Plaketten an die Wand hängst. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. oder irgendwas nach außen transportierst, sondern es geht ins Innen. Es geht darum, dass du diese eine letzte Hürde überspringst, diese Emotionalitätsgrenze, wo du selbst bei einem sehr, sehr, sehr guten System womöglich noch da sitzt, dich hinflackst und dann noch so ein bisschen, ja, in dem Modus, bis die, also dieser Sound, dieser Score, dieses, das war jetzt aber schön hochauflösend und die Stimme vom Roy, ja, die, die klingt auch schön und überhaupt, da war gerade ein Geplupper und da ist gerade eine Möwe vorbeigeflogen. Ich kenne das, ja, aber ein richtig gutes Heimkino, so wie hier, was auch dank natürlich einer liebevollen Kalibrierung Al-Dente spielt, ist so abgestimmt, dass du keine Abmixing-Gimmicks brauchst, um die Kohärenz so zu transportieren, dass dir auf einmal klar wird, dass die künstlerische Essenz und Film ist Kunst, einfach ungefiltert und original wie so ein Teleporter sich vor dir abspielt, du den Rest der Welt, hier, Handy vergisst und letztendlich dann in Amityville eintauchst für 140, 150 Minuten, in dem die Dynamik, ja, wenn, wenn selbst so kleine Effekte, gerade diese, diese Fuli-Effekte, die dann, egal ob das jetzt hier diese Flaschen sind, die runterfliegen oder die Dynamik, ist immer schwierig, etwas live zu kommentieren, wenn die da irgendwas machen. Ich mute jetzt mal wieder. Du kennst das genau, ob ein Effekt einfach nur gut klingt oder ob er sich auch räumlich zu einer glaubwürdigen Kulisse kulminiert. und dazu gehört natürlich Dynamik, dazu gehört ein realistisches Bild, dass du keine Spiegelung hast, egal ob sie jetzt hier vom Boden sind. Übrigens, die Spiegel sieht man nicht im Bild. Also wenn ich jetzt hier komplett abschalte, sehe ich jetzt kein Restlicht irgendwo sonst noch oder, oder kein Beamer oder ich sehe auch keine anderen Zuschauer. Das berechnen wir schon immer. Du hast einfach diesen coolen Effekt, dieser Leinwand, wie sie da inmitten von dieser Baffle-Wall-Konstruktion thront. Du bequem sitzt, den Wellengang spürst und egal ob jetzt ein T-Rex seinen Fußstampfer hier zelebriert in Jurassic Park, du weißt genau, welche Szene ich ja gerade im Kopf habe oder ob du bei Independence Day das Weiße Haus um die Ohren fliegen siehst, dass du immer genau das hörst, was auf der Aufnahme drauf ist, ohne dass das Kino immer dieselbe Art von Klang oben drauf legt. Und genau dafür haben wir hier das Thema Luxus interpretiert. Überall dieselben Lautsprecher, überall eine hochwertige Akustik, bedingungslos was Subwoofer reingesteckt, ein großes Bild, ein klasse Beamer, tolle bequeme Sitze und dann wird der Film zum Erlebnis, was man nicht vergisst und was auch so ein Film wie Alien, ganz klassisches Beispiel, schau dir Alien mal in der Economy Class auf so einem Winst-Display an, wirk, da findet der Film nicht statt. Wenn du auf demselben Sitz jedoch Pulp Fiction anschaust, da hast du trotzdem deinen Spaß. Es gibt Filme, die brauchen die Atmosphäre. Da ist der Score und gerade George Williams ist ja der Meister des Geschichtenerzählens durch einen Score. Schau dir Indiana Jones an, schau dir Harry Potter an, schau dir Star Wars an, das sind alles, da ist der Score ein Teil der Schauspieler letztendlich. Das ist ein Protagonist, der Score erzählt, der Score erreicht dich. und je besser der Score eingebunden ist, die Filmmusik, je dynamischer die ist, je auflösender die ist, idealerweise über der Technik Schrägstrich Emotionalitätsgrenze, das ist cool, ich liebe die Box. desto mehr lebst du, spürst du den Film, selbst ohne die Box. Bruce und ich, wir verabschieden uns jetzt, wir schwimmen hier noch eine kleine Runde und ja, dann geht es auf zum nächsten Heimkinotermin, vielleicht auch schon in Kürze bei dir zu Hause, wenn dich das jetzt inspiriert hat, auch mit uns deinen eigenen Heimkinotraum Wirklichkeit werden zu lassen. Wir stehen gerne für Rückfragen am Telefon zur Verfügung, auch für Selbstbauprojekte. Wir bauen Heimkinos, jetzt nicht ganz mit der Ausstattung, natürlich schon ab 60.000, 1.000 Euro und generell gibt es unsere Installation auch nicht nur in ganz Deutschland selbstverständlich, sondern auch in Österreich und der schönen Schweiz. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.